Die aktuelle Regierungskrise in Deutschland scheint weit weg von dem Alltag eines Studierenden. Doch tatsächlich bietet sie wertvolle Lektionen, die auch auf dein Leben als Student übertragbar sind. Angefangen mit mangelnder Entscheidungsfähigkeit. Die Regierungskrise zeigte deutlich, was passiert, wenn man sich nicht entscheiden kann. Zum Beispiel beim Heizungsgesetz sind die Grünen vor allem auf das Thema Klimaschutz eingegangen. Während die FDP darin eine große soziale Belastung, ein Wirkungsmechanismus sah, der viel Bürokratie mit sich bringt und damit nicht das richtige Instrument für das bestimmte Ziel war. Und das Ergebnis monatelanges Hin- und Herdiskutieren zögern, lähmende, fehlende Entscheidungsfreudigkeit. Das Ergebnis davon ist, dass das Volk, wir, zunehmend Vertrauen in die Regierung verloren haben. Dieses Klima davon auch keinen großen Vorteil hatte, dass die die ganze Zeit rumdiskutiert haben. Und im Ergebnis, wir alle damit nicht so happy waren. Und wenn du das auf dein Studium überträgst, kannst du davon lernen, dass auch während des Studiums und auch danach es ganz viele Möglichkeiten gibt. Ganz viele Optionen, die offen stehen werden. Doch wenn du die Chance nicht erkreist, beziehungsweise die Entscheidung nicht triffst, lass diese Optionen sich entweder verschlechtern oder gar verloren gehen. Sei es irgendwie die Möglichkeit, Praktika zu machen in den ersten Semestern. Sei es die Möglichkeit, ein Auslandssemester zu machen. Sei es irgendwie eine Forschungsarbeit zu machen. Ein erstes Startup zu gründen während des Studiums. Es gibt ganz viele Dinge. Und wenn du das immer vor dich herschiebst, dich nicht entscheidest, führst du damit zu suboptimalen Ergebnissen, die dich schädigen können, aber auch dein Umfeld. Insbesondere, weil die dann halt vielleicht auch Vertrauen in dich verlieren. Gerade wenn es um gemeinschaftliche Themen geht, sei es irgendwie ein Roadtrip, Reisen, gemeinsam irgendwie was zu erarbeiten. Zweitens, mangelnde klare Kommunikation. Wir sind ja in der Haushaltskrise geschlittert, weil das Verfassungsgericht gesagt hat, wenn ihr jetzt die Schuldenbremse aushebelt, ist das verfassungsrechtlich schwierig. Ihr dürft das nicht machen. Und deswegen mussten wir einen neuen Haushalt machen. Und in diesem Prozess von einem neuen Haushalt machen gab es zu extremer Misskommunikation, schlechter Kommunikation, unklarer Kommunikation, sodass die beteiligten Stakeholder maximal verwirrt waren. Zum Beispiel wurden dann Ausgaben im Wirtschafts- und Verkehrsministerium gestrichen, die eigentlich für Startups und Demoprojekte da waren. Und so ist zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis eine Finanzierungsrunde geplatzt, weil Finanzierungen, die schon als gesichert gegolten haben, dann doch nicht mehr sicher waren und damit die Investoren nicht mehr in dieses Startup, in meinem Bekannten investieren wollten. Was kannst du für dich lernen? Klare Kommunikation ist das A und O, wenn es um die Mitarbeit mit anderen Leuten geht oder die Zuarbeit. Zum Beispiel in einer Klausur. Wenn du es nicht schaffst, das ganze Wissen, was du hast, klar und deutlich zu kommunizieren, verlierst du Punkte in der Klausur. Das gleiche gilt in einer Abschlussarbeit, in einer Forschungsarbeit. Wenn du es nicht schaffst, was all in deinem Kopf drinnen steckt, klar zu kommunizierst, weil du entweder unsauber kommunizierst oder weil du zu viel redest, ohne wirklich deine Message rüberzubringen, hast du ein Problem. Und so auch in Gruppenarbeiten, in einem Praktikum. Wenn du es nicht schaffst, klar zu kommunizieren an deine Stakeholder, Stakeholder gerecht, schaffst du Verwirrung, du schaffst Zweifel, du schaffst einen Vertrauensverlust, wie das zum Beispiel auch bei der Regierungskrise eingetreten ist. Und das solltest du nicht wiederholen. Wenn du dich mit anderen High-Performern austauschen möchtest, dann klick doch mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Da bekommst du kostenlosen Zugang zu unserer Discord-Community. Und dann sehen wir uns dort. Dann Konfliktmanagement. Zwischen den drei Regierungsparteien gab es sehr viel Diskussion rund um das Thema Bürgergeld. Die FDP wird es am liebsten komplett streichen. Auch die Grünen und SPD haben da nochmal ein bisschen eine andere Vorstellung, wie das ausgestaltet werden soll. Und dieser Prozess zog sich auch wieder um Monate hinweg. Vertrauen in die Regierung wurde verloren. Und insbesondere fragte man sich, was machen die da eigentlich? Wieso können die jetzt nicht zu einer Entscheidung kommen? Und so wirst du auch im Studium Konflikte entweder scheuen, du wirst sie in die Länge ziehen oder du wirst sie erfolgreich in schneller Manier lösen können. Sei es bei Gruppenprojekten, sei es darum geht, eine private Party zu planen und wie das Motto sein sollte und so weiter. Du musst für dich lernen, Konflikte effizient, aber auch vor allem im Sinne aller Beteiligten zu lösen, sodass du zu deinen Ergebnissen, zu deinen Zielen schnell kommst. Mach es nicht wie die aktuelle Regierung, sondern versuch zum Beispiel das Thema Konfliktmanagement auch als eine Fertigkeit zu sehen, die man lernen kann, aber auch verbessern muss, wenn einem das wichtig ist. Dann das Thema Anpassungsfähigkeit. Wir standen ja vor nicht allzu langer Zeit mit der Situation konfrontiert, dass wir zu 60, 70 Prozent von den Erdgaslieferungen aus Russland abhängig waren. Und mit der Entscheidung der EU, dass wir da erstmal das Gas kappen, hatten wir eine riesige Herausforderung zu lösen in Deutschland. Insbesondere, wenn es darum ging, unsere Industrien mit günstiger oder bezahlbarer Energie zu versorgen. Da wir ja so stark von Russland den Gas abhängig waren, mussten wir alternative Quellen für günstiges Erdgas finden. Und da ist zum Beispiel unser Wirtschaftsminister nach Katar geflogen und auch mit anderen europäischen Ländern ins Gespräch gekommen, um zu schauen, wo jetzt das günstige Gas herkommen kann. Zum Beispiel durch den Bau von LNG-Terminals und dann den Import aus anderen Ländern durch LNG-Schiffe. Was du daraus lernen kannst, ist, dass auch dein Karriereweg mit solchen Krisen umgehen muss. Du kannst nicht heute schon vorhersagen, wo du in fünf Jahren stehen bist. Auch ich habe zum Beispiel während meines Studiums trotz super guter Noten, super Praktika, super viele Absagen hinnehmen müssen. Zum Beispiel, ich habe mich dreimal bei McKinsey beworben. Ich wurde von BCG abgelehnt. Ich habe auch nicht meine Wunschpraktika bekommen im ersten Anlauf. Ich musste mich anpassen und meinen Karriereweg entsprechend auch. Und so wirst auch du dich in deinem Studien, aber auch späteren beruflichen Weg anpassen müssen. Und das immer im Hinterkopf behalten, dass es immer Dinge geben wird, die dich maximal beeinflussen. Sei es irgendwie eine Regierungskrise, sei es eine Wirtschaftskrise, sei es irgendeine andere Form von Krise, zum Beispiel wenn Naturkatastrophen eintreten. Und dass du dich anpassen musst. Spiel aggressiv, nicht defensiv. Such immer die Chance zu sehen in den Möglichkeiten, um damit dann auch den richtigen Weg für dich zu finden. Und das größte Problem überhaupt ist die mangelnde Prioritätensetzung. Ja, die Demokratie ist da, um einen Konsens zu schaffen. Dass man diskutiert, debattiert und sich dafür auch die Zeit nimmt. Aber was man insbesondere in unserer Koalition sieht, ist, dass da keine klare Prioritätensetzung herrscht. Unsere Regierungsparteien streiten sich teilweise in so vielen Detailfragen, die eigentlich so nicht notwendig sein müssten. Zum Beispiel das Thema der Schuldenbremse. Hätte man von Anfang an gesagt, was für eine Priorität es hat, die Schuldenbremse einzuhalten oder auch sie auszuhebeln zu können, auf Basis von den wichtigen Dingen, die uns halt am wichtigsten sind, unseren Prioritäten, dann wäre es wahrscheinlich auch gar nicht dazu gekommen, dass die Regierung jetzt geplatzt ist. Und so musst auch du für dich im Studium und auch in deiner Karriere feststellen, was ist dir besonders wichtig. Ist das Gehalt? Ist das Freiheit? Ist das Flexibilität? Ist das ein hoher Variable-Anteil oder ein hoher Fixer-Anteil? Sind das eher wenige Arbeitsstunden und dann die Möglichkeit, mit Überstunden zu glänzen? Oder wirst du dich umgeben sein mit High-Performern, Leuten, die ohne Probleme und super gerne 60, 70 Stunden arbeiten? Oder mehr sogar. Du musst für dich entscheiden, was ist wichtig. Weil wenn du das nicht hinbekommst, dann geht es dir wie der Regierung. Du bist langsam, du kannst dich nicht entscheiden, du sorgst dafür, dass die Kommunikation unklar ist und vieles weiteres. Alles fängt mit klaren Prioritäten an. Und wenn du daran scheiterst, für dich nicht festzustellen, was dir wichtig ist, dann landest du eben halt auch in so einer Krise. Was sind die besten Berufe für Bewähler? Genau diese Frage beantworte ich dir hier in meinem letzten Video. Klickt doch mal rein, dann sehen wir uns dort wieder.